Hallo liebe Leute von heute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Maniac Mansion Mania mit mir, dem Malo-O-Matic. Wir spielen heute Episode 17, das Labor von Timori. Ja, wer denn dieser Kerl hier ist, das werden wir bestimmt gleich zu erfahren bekommen. Und welche große Frage sich hier Bernard stellt, ja, das werden wir bestimmt auch gleich erfahren. Also, los geht's! Hallo Leute! Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und ich habe heute überhaupt keine Lust, mein Zimmer zu verlassen. Oder gar Abenteuer zu erleben. Hm, den ganzen Tag nur faulenzen und nichts tun? Hallo Bernard! Ich habe was Tolles im Garten gefunden. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Was? Egal, aber... Wer bist du eigentlich? Ich? Ich bin der Programmierer dieser MMM-Episode. Die Klamotten erinnern mich aber ziemlich an Dave. Wie bitte? Nichts, nichts. Ich bin eben Programmierer und kein Maler. Schon gut. Was wolltest du eigentlich? Ich habe das hier vor deinem Haus in einem Erdloch... ähm... in einem Erdloch gefunden. So. Was hat der eigentlich in Erdlöchern zu suchen? Ein altes Pergament. Muss schon 200 Jahre alt sein. Hier, bitte. Ich kann es aber nicht entziffern. Muss wohl hebräisch sein oder so. Aber du solltest es dir mal anschauen. Du bist schließlich ein Genie. Ein Genie, ne? Na dann, bis dann, Bernie. Altes Haus. Ciao, Leute. Komischer Typ. Ja, jetzt geht's los. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oha, Latein. Es dürfte aber kein Problem für mich sein. Schließlich bin ich ein Eierkopf. Ja, egal. Den Text gleichzeitig zu lesen und zu übersetzen. Ja, also ist für mich kein Problem und so. Also, hier steht. Ich, Albert Bernoui, vermache dir, Bernard, meine letzte große Erfindung. Albert Bernoui? Das war mein Großvater, der berühmte Wissenschaftler. Oh, hier steht noch etwas. Ganz klein auf der Rückseite. Merkzette für mich. Labor betreten durch... Mist, hier wird die Schrift unleserlich. Ich kann nur noch entziffern. Labor betreten durch... Poster oder so ähnlich. Was das wohl bedeuten mag. Auf jeden Fall... Muss ich dieses geheime Labor hier im Haus finden. Ja. Okay, das ist jetzt unsere große Aufgabe, dieses Labor zu finden. So, jetzt wollen wir erst mal gucken. Ich habe ein Kissen. Genau, das kennen wir ja schon. Vielleicht können wir damit was anfangen. Vielleicht ist hier was, was wir noch gebrauchen könnten. Bei den Büchern. Ne? Ne? So. Ne. Ah, und da liegt ein Nintendo DB. Äh, hervorragend. So, gucken wir mal. Das ist mein Nintendo DB. Ich bekomme gleich wieder Lust zu spielen. Ja, benutze es doch. Das wäre ziemlich dumm, oder? Was? Wieso dumm? Du wolltest doch zocken, oder nicht? Äh, naja, egal. So, nimm es einfach mal mit. So. Das ist mein Nintendo DB. Leider ist kein Spiel in ihm drin. Ach, schade. Deswegen wollte er wahrscheinlich nicht. Äh, können wir es trotzdem benutzen? Nö. Können wir es mit irgendetwas verbinden? Okay. Oder kombinieren? Gut. Schauen wir uns mal hier genauer um. Arr. Oh, hier ist ja mein DB-Spiel. Polar. So, können wir es reinsetzen? So, dann mal rein mit dem Spiel. Hä. Ja, das Geräusch kennt man vom DS. Dieses Spiel ist zwar zu simpel, äh, ist zwar zu simpel, zu simpel, zu simpel für mich. Macht aber trotzdem viel Spaß. So, okay, ähm, ja. Ja, ist ja nett. So. Das können wir auch schon. Können wir trotzdem was machen? Nö. Ich sollte das Haus nach hinweisen auf das geheime Laboruntersuchung. Ja, das sollten wir tun. Abgeschlossen. Wahrscheinlich wollen meine Eltern ihre Ruhe haben. Ja, das ist ja auch so eine Privatsphäre, ne? Wenn die, also, ist ja auch für die Eltern sozusagen eine gewisse Privatsphäre, wollte ich sagen. So. Ja, haben wir hier etwas? Nö. Das ist die Badewanne. Oh, da liegt etwas drin. Doch, tatsächlich. Ha. Das ist ja ein Badeschwamm. Hallo, SpongeBob. Hallo, Burnett. So. Hi, äh, 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 ein Badeschwamm. Sehr saugfähig. Ich wollte schon fast sagen, hi, Badeschwamm. Hi, Burnett. So, ähm, okay. Äh, gucken wir mal rein? Nö. Scheint nicht aufzugehen. Er will nicht. So, ach. Das ist immer das Problem hier mit dem Badesimmer, dass man den Cursor so schlecht sehen kann. So. So, dann mal, dann mach ich mal die Tür auf und, ah! Das ist wohl Britneys neue Einbruchssicherung. Warum sie die wohl eingebaut hat? Aue. Äh. Da fragst du dich das noch alles? Nachdem du ihr, äh, also ihre ganzen, ihre ganze Wäsche durchwühlt hast? Okay. Hier können wir auch nicht rein. Was es wohl heute im Fernsehen gibt? Ja, das... Da wollen wir doch mal einen Blick drauf werfen, ne? Hier bin ich wieder, ihr alter Freund Marc E.T. Wir veröffentlichen immer noch alles. Schicken Sie es einfach an die eingeblendete Adresse und schon morgen kennt es die ganze Welt. Natürlich Briefmarke nicht vergessen. So, kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Dem Programmierer dieser wunderbaren Episode von MagMenschen Mania. Timori. Danke, Marc. Die Website www.matrix-channel.de sollte man gesehen haben. Und zappt nicht zu viel. Sonst geht eure Fernbedienung noch der Saft aus. Okay. Schau Leute, bis zum nächsten Mal. Okay, das war ein bisschen Schleichwerbung gewesen. Jo, schauen wir mal hier. Gemütlich. Oh, hier ist ja mein Lukenöffner. Hier war es also die ganzen Episoden lang versteckt gewesen. So, dass ich mir immer irgendwelche Behilfsmit-Werkzeuge basteln musste, ne? Ja. Wir wissen ja, ab und zu man musste Bernhard irgendwas zusammenbasteln, damit er irgendwie einen improvisierten Lukenöffner bei sich hat. Jo, also wir können damit zum Dachboden gehen. Gucken wir da mal, ob wir da was finden können. Ich mache diesmal die Luke mit einem stinknormalen Lukenöffner auf. Und ohne mich auf irgendetwas draufzustellen. Kann ich das überhaupt noch? Mal sehen. Ja, das kann er noch. Sehr schön. Ich habe mal wieder falsch betont, habe ich gerade festgestellt. Aber okay, ist jetzt nicht so schlimm, denke ich mal. Mein alter Chemiebaukasten. Mal gucken, ist da was drin? Scheint nicht aufzugehen. So. Ja, wir haben ja bei diesem Pergament ja gelesen, dass irgendwas hinter einem Poster sein soll. Und das ist der einzige Poster, den ich jetzt hier kenne. Wobei ich mich frage, woher will eigentlich der gute alte Bernhard, also woher will bitte schön Bernhards Großvater wissen, wo sich das Poster hier befindet. Denn schließlich, weiß ich nicht, war er vor kurzem hier oben gewesen und hat sich mit Grüntentakel unterhalten und so. Ähm, weil das muss schon ein bisschen länger hier, ähm, also es muss auf jeden Fall vor Grüntentakel Zeit gewesen sein, als er hier oben rumgewerkelt hat. Und ich glaube nicht, dass da noch ein Poster war. Egal. So, wir nehmen auf jeden Fall dieses Poster mal weg. Können wir nicht? Hä? Können wir es drücken? Können wir es öffnen? Ich meine, benutze Poster? Das wäre doch ziemlich dumm, oder? An meinem schleimigsten Sohn, Mom. Und da habe ich jetzt gerade was, warte mal, oh, das ist ein Teil, das ist eine Erfindung, aber benötigt. Das war mein Großvater, der berühmte Wissenschaftler. Oh, hier steht noch was, ganz kleine Verrückseite. Durch, ich schreibe auch noch nicht, ich kann doch noch ein Ziffern. Labor betreten durch, Poster, oder so ähnlich, was er wohl bedeuten mag. Okay, ja, es ist gut, Bernhard, wir haben es schon verstanden. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt hier, habe ich was Falsches verstanden? Nee, ich meine, es ist doch genau eigentlich, naja, schauen wir uns mal hier genauer um. Aber ich meine, das hat was mit dem Poster zu tun. Wenn das der Fall ist, dann, wie gesagt, bestätigt sich ja meine Aussage von wegen, hey, es kann doch nicht angehen, dass er, dass er schon wusste, dass es ein Poster sein würde, weil das Poster gehört ja eigentlich zu Grün-Tentakel. Mal abgesehen, ist das ja kein Poster, sondern ein Bild. Ich depp. Ih, der Abfluss ist verstopft. Und die Spüle ist bis oben hin mit dreckigem Spülwasser voll. Oh, da schwimmt irgendetwas im Wasser. Solange dieses Wasser drin ist, fasse ich da nicht rein. Dann benutzen wir doch den Schwamm, hm? So, dann mal rein mit dem Schwamm. Er saugt sich voll mit Wasser. So, das Wasser ist weg. Und in der Spüle liegt ein Spülhandschuh aus Gummi. Yay. So. Noch ein Gegenstand mehr im Inventar. So, ähm. Leer. Okay. Hm. Dann ist hier soweit nichts. Aber ich meine doch, ich meine doch. Aber ich, warte mal. Lücke. Ach, guck mal. Oh, hier ist eine Lücke zwischen den Büchern. Ich fasse mal rein. Da ist ja mein Schraubenschlüssel. Wie der wohl hergekommen ist, das ist ja natürlich die große Frage. Gut, okay. Das hätten wir auch schon geklärt. So, können wir hier... Oh, was ist denn hier? Radioaktive Pfütze. Ihh. Oh je. Der Keller muss voll mit radioaktiver Flüssigkeit sein. Bernard, was hast du bloß hier gemacht? Und wer darf das alles wieder wegmachen? Ja. Bernard, das ist wohl sehr offensichtlich. Können wir damit was machen? Ja, das wird ziemlich dumm. Wenn man einfach auch mit einem Handschuh reingreifen würde. Das würde auch nicht viel bringen. Naja, gehen wir mal raus. So, dann schauen wir mal hier. Was es hier so gibt? Leer. Okay. Geht nicht. Geht auch nicht. So. Können auch nicht hier weggehen. So. Gut. Aber wie gesagt, eigentlich... Hinter dem Poster. Oder habe ich da was falsch verstanden? Seitschriften. Ist da was? Ist da was? Nö. Nix besonderes. Also, wie gesagt, eigentlich... Oder muss ich das damit kombinieren? Nö. Hm. Ich hatte das doch zumindest... Also, ich hatte das zumindest so in Erinnerung gehabt. Aber ich kann mich auch ehren gerade. Hm. Wofür haben wir jetzt den Schraubenschlüssel eigentlich mitgenommen? Ich weiß nicht. Ich habe es schon mal probiert, ne? Ja. Schlauch können wir bestimmt auch nicht mitnehmen. Nö. Kleber auch nicht. Nö. Ja. Das habe ich verstanden. Spülhandschuh aus Gummi. So, aber ich meine doch... Hm. Ich überlege gerade. Ein Fenster, Schild... Perpetuum mobile. Können wir das gute Stück mitnehmen? Nö. Können wir nicht... Können wir das Fenster öffnen? Das ist kein echtes Fenster. Was mit Schack? Können wir den mitnehmen? Nö. Schack bleibt also hier. Okay. Äh, ja. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, Leute. Deswegen. Äh. Warum bist du jetzt nicht hochgegangen? Ich habe mich mal wieder verklickt. Ich habe mich mal wieder verklickt. Verklickt. Äh. Aber irgendwas... Ich bin mir ganz sicher, es hat was mit dem Bild hier zu tun. Na bitte. Ich sag's doch. So. Und deswegen. Meine Theorie ist schon ziemlich... Also bestätigt sich schon mal. Es kann ja nicht sein, dass Albert von diesem Poster was weiß. Weil das ist ja eigentlich ein Bild von, naja, Grün-Tentakel-Mutter und so. Und ach, egal. Deswegen ein bisschen unschlüssig das Ganze. Aber ich sag's später noch, du hast dazu. So. Wir haben jetzt... Jetzt haben wir ein Schlüsselloch gefunden. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht was damit anstellen können. Äh. Ich sehe nichts Besonderes. Ach, du siehst doch da ein Schlüsselloch. Wobei man sich ja natürlich fragt, wie kann es sein, dass da... Ach, egal. Ne. Ich bin schon mal wieder sehr pingelig. Ich merke schon. So. Ich sehe auch nicht. Können wir das irgendwie öffnen? Oder drücken? Können wir auch nicht, ne? Das habe ich gerade probiert. So ein Pergament benutzen. So. Ähm. Ne, auch nicht. Fernbedienung? Ne. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch... Wir gucken uns nochmal das Pergament an. Lesen und so. Blie, 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 blie. Eine große, letzte große Erfindung. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendetwas draufstand. Labor betreten durch. Betreten durch. Poster oder so ähnlich. Ja, okay. Ähm. Also. Wir haben jetzt ein Schlüsselloch gefunden. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Die Frage ist nur, wo ist dieser Schlüssel? Und dieser Hinweis wäre vielleicht noch ganz gut gewesen für uns. Der Lücke kann ja gar nicht mehr sein. Da haben wir ja den... Oh, leer. Ja, haben wir ja schon bereits den Schraubenschlüssel rausbekommen. Wobei das eigentlich ein Schraubendreher ist. Also, egal. Schraubendreher, Schraubenschlüssel. Ne. Ne, ne, ne. Ich bin ja wieder so pingelig heute. So, bei der Mikrowelle haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Aber da liegt nichts. Da liegt nichts. Da ist nichts. So. Ja, da ist der Schwamm drin. Genau. So. Jetzt frage ich mich gerade. Ich wette, dass wir in den Keller müssen. Aber da liegt ja dieser radioaktive Schlamm. Beziehungsweise Pfütze. Und jetzt müssen wir doch eine Möglichkeit finden, das wegzubekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir es hier einfach so wegkriegen. Ach, der muss erst dekontaminiert werden. Okay. Hm. Gut. Ich mache jetzt noch 5 Minuten. Weil ich weiß jetzt echt nicht, wie wir vorwärts kommen sollen. Leer. Ich habe jetzt echt gerade keine Peilung. Muss ich zugestehen. Aber warte mal. Ich habe da so gerade wieder einen Geistesblitz. Glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Es kann ja auch sein, dass an irgendeiner Tür vielleicht was ist. Nö. Okay. Lag ich daneben in dem Fall. Aber wir können ja kurz mal die Zeit nutzen, solange ich noch überlege, für eine Anekdote, die ich für euch zu erzählen habe. Also ich kann mich auch nur ganz grob daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich diese Episode damals mal getestet habe, bevor es veröffentlicht worden ist. Also es gibt natürlich immer so einen Beta-Test und so weiter. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich sehr unzufrieden mit der Testversion war. Und natürlich auch die Kritikpunkte genannt habe und so weiter und so fort. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Und dann sollte halt Timori das ausbessern, sage ich mal blöd. Und ja, dann hat er irgendwann das Spiel veröffentlicht. Und was soll ich sagen? Ich war mit der Version auch nicht so zufrieden gewesen, weil er nicht das ungeändert hatte, was ich eigentlich so vorgeschlagen hatte und so weiter. Ich sage es schon wieder und so weiter. Egal. Auf jeden Fall habe ich mich richtig über seine Leistung aufgerichtet. Und wenn ich ehrlich sein soll, auch etwas zu heftig reagiert. Weshalb, ja, weshalb natürlich das aus meiner Sicht ja auch leidtut, was das betrifft. Aber gut, ist natürlich klar, wenn du dann dir erstmal denkst, ja, das kann so aus deiner Sicht nicht so gut sein, dann machst du halt Verbesserungsvorschläge und so weiter. Und das wird nicht umgesetzt, dann ist man natürlich unzufrieden. Das ist klar. Bloß, ja, ich überlege jetzt gerade noch. Ach, ich verstehe nur nicht, wie wir hier weiterkommen sollen. Ziemlich dumm, oder? Können wir es denn nehmen? Ich auch. Also es ist auf jeden Fall so, ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man dann sagt, nee, es gibt so gewisse Dinge, die möchte ich so lassen. Klar, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich immer ganz wichtig, dass man darauf hinweist, was verbessert werden sollte und so weiter. Aber wie gesagt, jedem ist selbst überlassen, was er daraus macht. Klar. Und wie gesagt, ich war mit meinen, also ich bin sehr harsch vorgegangen, das muss ich echt offen sagen. Das wollte ich nochmal loswerden. So, und das hat auch der eine oder andere so gesagt und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. So, ähm, aber ich bin echt am überlegen. Hm, wir können ja mal in der Kette ziehen, ne? Ah ja, das ist Wasserverschwendung. Ja, Entschuldigung. Ähm, okay. Gut, ich würde sagen, wenn in den nächsten zwei Minuten nichts passiert, Leute, dann würde ich einen Cut machen wollen und dann erstmal kurz eine Pause machen. Und je nachdem, wie lange das dauert, der, also der nächste Part, der folgt, würde ich das entweder noch an diesem Video anbinden und das so als vollständiges Video rausbringen oder ich mache halt daraus ein zweites Video. Nun denn, okay, ich denke, ich mache da wirklich erstmal einen Cut und dann mal sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder.